Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play League of Legends, mit dabei ist der Dennis und der Erik. In unserem Team sind Amumu, Fizz, Chaco, Ezreal und Nunu. Hi. Hallo. Oh, ist der Lange. Spannend. Alter, will ich. Nehme ich jetzt auch meinen Ton auf. Ich hoffe es. Uäh. Ich sollte, glaube ich, lieber nochmal gucken. Und, und. Und, und. Richter und, und. Los, Talon. Was gibt es noch? So, Ira, Etiflam, Gnokuv, Suraf, Nolat, ich lese alles raus. Oh, Quats. La, Er, Se. La, Er. Okay. Ja. O, Kat, Se. Und, Se. Und, Umu, Ma. Okay, das ist schlecht. Umu, Ma. Umu, Ma. Umu, Ma. Ja, auch, Willi. Mama, Mu. Oh, ist der Talon schnell. Och, Talon. Aus irgendeinem Grund finde ich Nolat witzig. Was? Nolat. Nolat. Alain Rickert. Oh, Mooma. Okay. Hier so Ego ist, der findet man sich selber witzig. Ja. Hehehe. Pff. Pff. Pfff. 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 Okay. Reicht jetzt auch wieder. Ja, genau. Pfff. Pfff. So, was holen wir da jetzt? Pfff. 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 Willkommen in der Kluft der Beschwörer! Pfff. 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 Oh Mann. Was auch immer. Noch kein Gefall. Oh Mann! Pfff. Seit Jahren hab ich Nolat gespielt. Oh Mann. Pfff. Aller Schwor. Pfff. 30 Sekunden bis zum Erscheinen der Vasallen. Oh, der Erik spielt ja es real. Jaaa. Pfff. Ist ja mal was ganz Neues. Pfff. Also ne eigentlich nicht, aber... Es ist mal wieder eine AD Carry-Curie. Aha. Wohin gehen wir? Hoppla. E-Modance, E-Modance Alle tanzen den E-Modance E-Modance, E-Modance Alle tanzen den E-Modance Die Vasallen sind erschienen Ihr seid langweilig Lasst mich euch umarmen Lasst uns für immer Freunde sein Suchen wir uns Freunde Suchen wir uns Freunde Und ein Rollstuhl Ich liebe die Zuschauer her, das auch so von dir Hm? Zuschauer her, das auch so her Hm Das reicht aber irgendwie nicht, was hier gerade abgeht Ach Ich mache dort nicht genug Damage Okay, ich bin zu weit Äh, ja Ende Ich decke nur damit du beschert weißt, ich weiß nix mehr Ne, ich weiß schon noch was Hm, ich kann aber nix mehr Okay Wo schlau sind zu, ne? Ja, ja Ich hab jetzt voll viel Skill, ich hab in der Letzte da nur nach Rotor geguckt Super Okay, Kalon ist irgendwie soweit zurück Ich versteh jetzt warum Oh, ich decke da guck mal, ich hab geschehen Wo war er denn? Wohin gehen wir Kann der gut treffen Vermutlich Oh, der Treiber kommt von uns Doch Mist Versuchen wir uns ein? Spiel doch mit mir! Das wäre wundervoll, wenn er jetzt Toppushen lassen würde! Jetzt ist Mut! DEEE! War mein Ding gegritt! Ach Manu! Entschuldigung! Was? Entschuldigung! Wohin geh'n wir! Ey du... Boah! Wussi, ich wohl hochheele! Ja, aber doch nicht die, wo ich grad dran bin! Da hab ich mal richtig weggediebt! Hinter jedem direkt weg! Erik! Ja! Ähm... Wecker, ich kann ein wenig leben! Ich fang hier! Ich fang hier! Ah, Mist ja! Hoow, du Backe! Holy holy! Ähm, ich bin mal weg! Okay... Oh, ich du so dort! Ich du so dort! O Gott! Ein Verbruch der Rode getötet! Ein Verbruch der Rode getötet! Geh doch ihr! Ey! Oh Gott! O Gott! YAY! YAY! Was hätte ich denn grad noch gebraut? Ähm... Willi, helfe... Hilfe brauch ich. Willi! Helfe! HA! Geh, ich schüsse nicht noch mal. Hör mal an, ne mir. Wir sind mal direkt weg. Oh, du bist ein fein denn. Oh Mann. Uire, oder? D-D-D-D-D-D-D-D-D, komm mal! Deniz, ich komme mal Boot Aber aber ich komme, du Schmolle Verheil dich, der geht weg Der geht nicht weg, der hat den Weg zu gehen Wanne, direkt, treffe Spiel doch alle Was, ich sehe, wie knapp das war, der war drin Fast Fast Geh mit Gib mir Amor noch 5 Sekunden Zeit, Varus Da ist er doch noch, guck mal Ja, f*** dich Ich würde sagen, Eka kostet Fast Ich würde sagen, mich kostet Oh, aber ganz hart Ach, guck, wo es doch noch kommt Suchen wir uns freundlich Äh Kurva Ach, das hier ist nicht schön Naja, das ist doch gar nicht schön Hanna, vielleicht noch ein Wort für die Nerven in den Busch Ja So, als Blitzcrank würde ich mich jetzt hier Trauerin zu crappen Aber ich weiß nicht, ob ich das als Mumu machen sollte Ja, ich gehe mal Okay Ich gehe mal Ich gehe mal Mach mir Mach mir Ui Ui Irgendwann, wo's da Ja Was? Oh Also der Crap-Ebe am Varus war failing gleich der Boss Hm, aber ganz gewaltig Spiel doch mit mir Oh oh, ich komme mal klar aus oder? Oh man Nice, für End hab ich noch Rassist und das ist wundervoll Wohin gehen wir? Mist Lass mich nicht auslachen Was zur Hölle macht der Wukong? Suchen wir uns Freunde Spiel doch mit mir Okay, oh man Oh man Alter, hätte ich die Zettbegriff Suchen wir uns Freunde Suchen wir uns Freunde Ich bin plötzlich am Tower Ähm, ja Genau Genau Ich habe gesagt Ja, ja, chill chill Passt schon, hoffe ich Oh man Oh man Oh man Suchen wir uns Freunde Suchen wir uns Freunde Ist Spot irgendwo Warded Anrufe Oh man Ja, klar Ja, klar Kla... Äh, 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 hier, Mist Oh Ach Was ist denn jetzt geschehen? Ein Gegner wurde getötet Schade Wenn man eh nur nicht aufpasst Wenn man eh nur nicht aufpasst Ja Spiel doch mit mir Oh 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 Leck mich Oh leck mich Oh 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 captures Ah Soll ich das tun… what soll ich denn das tun, what soll ich denn das tun… Och So einem hält Spiel doch mit mir Der Gegner hat einen Turm zerstört Suchen wir uns Freunde Wohin gehen wir? Ach so ein Kack Oh, ein Verbündeter wurde getötet Gegnerische Doppeltötung Ein Gegner wurde getötet Das war jetzt so Ein Verbündeter wurde getötet Sieht abfug Spiel doch mal wieder! Spiel doch mit mir! Wohin gehen wir? LOL Ja Also mein Stun trifft irgendwie... Die Lieben haben einen Tänzelschritt! Du rüber ins Feinde! Ja ich geh besser weg! Okay Ja ich hab' einen Tänzelschritt Ja die kommen in der Gefahrt ein würde Und ich soll flüchten! Wir sind doch höchstens einfach Tötung Ja vorher war es aber schön gesplittet Das hätten wir vorher aussieht zu können Ja Geh! Geh! Ja Spiel doch mit mir! Ja Oh ich hasse den scheiß Flash! Ey das geht's nicht dass der so... Dass ich schnell runterkriege Alter der ist der Pit hat nichts treffe Wer? Der fehlt die Uli so da gefällig Ist das ein Lacker? Ist das ein Lacker? Ja Spiel doch mit mir! Ich hab heute aber auch schon mehr gefällt Wie sonst was Wohin gehen wir? Suchen wir uns Freunde Wegen gehen wir Eric im Ruf den Baus Hast du ja ruf das ständen Flast? Ja mach ich Kann ich auch machen Jooh Oh, Willi. Da hätt' ich jetzt nützt die Lippe, Willi. Mensch, ich hab noch keine Kills gekriegt. Oh, ist das ein Talon? Oh, gucke. Ganz g'wurscht. Suchen wir uns Freunde. Oh, fitz. Hm, hübsch. Ein Verbündeter wurde getötet. Oh, f*** die Sch***. Gegnerische Doppeltötung. Spiel doch mit mir. Wohin gehen wir? Oh, was soll man da machen? Oh, was soll man da machen? Oh, was soll man da machen? Nö, kein Lust mehr. Oh, neulich. Oh, neulich. Ja, ich rede mit Ropp. Suchen wir uns Freunde. Mal Lucky Lucky machen. Geht auch nicht hin. Spiel doch mit mir. Hm. Spiel doch mit mir. Hm. Ein Gegner wurde getötet. Es ist nicht klar. Der Gegner hat einen Turm zerstört. Geht doch. Ein Verbündeter wurde getötet. Ein Gegner wurde getötet. Ein Gegner wurde getötet. Wie war das? Ich denke, er kommt schon recht. Ich dachte, er kommt schon mal gerade. Jetzt geht doch mit mir. Fisch was knapp. Sorry Malfight könnte in die Mitte kommen, der war gerade ohne Achtung auf irgendwo Ulti drüber Sobrollen Motherfucker Das geht Das ist ein Dekker der Spruch, surprise motherfucker Geht den so, surprise motherfucker Ja, ist schon klar So wie schwarz also Bitte maximal Big Mitte der Gebietsfremden Fuldigung Da wäre richtig leuchtig sind Ah, Willi, ach Da war das dann wohl nicht länger Dieser Willi Na, da bringt es jetzt nicht viel, wenn ich das jetzt... Hier drauf Genau, warum immer auf Star Degree Alter Wie ist das? Wie ist das? Ich bin der Tiger, der ich spürt, auch nicht Wie ist das? Spiel doch mit mir Der Gegner hat einen Turm zerstört Boah, irgendwie ist das Mensch hier brutal schlecht Das andere war schlechter Viel schlechter, Willi Ne, morgens schlecht Toll An Hunger Ja Hier finde ich unser Fitz macht 0 Damage Von Gott Guck mal nimm ich, oder? Willi Willi, geh Ach du, oh, ist ja noch einer Da brauchst du nicht so, schon wieder dich weg Da sind jetzt erstmal tot. Suchen wir uns Freunde. Wohin gehen wir? Na ja, Norma nicht verlor. Noch nicht. Nein. Never surrender. Spiel doch mit mir. Top. Top, 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 los hoch. Wieso gehen wir? Oh Decker, die sind alle beim. Der ist weh. Oh das hat sowieso failed. Besser ich jetzt als die. Ich hab's genau gebraucht, dass jetzt die Ulti kommt. Die Ulti stehen noch 10 Meter. Geht Wind. Ich schieße uns. Ach! Ein Gegner wurde getötet. Ein Gegner wird zum Berserker. Sollte uns rein. Oh! Schubi-Babibu! Alter, jetzt geht der weg da! Gut, das nervt. So was nervt mich so brutal. Das muss auch noch so aus dem Jungen. Oh ja, hallo Ari. Oh man, die scheiß Fellfleisch, ey. Das ist mir die letzten drei Mopas hier. Das ist wirklich verarsche. Ja, komm du jetzt auch noch. Jawoll! Wuh! Der Gegner hat einen Turm zerstört. Oh yeah! Oh ja! Ah! Ah! Spiel doch mit mir. Suchen wir uns Freunde. Wohin gehen wir? Okay. Suchen wir uns Freunde. Ich spiel doch mit mir. Loll. Terminiert. Ein Gegner ist Gott leicht. Wohin gehen wir? Geh. Geh. Suchen wir uns Freunde. Geh. 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 Und hier sind wir. Ok. Und hier sind wir. Ah, Mumu fez. Oh, er spielt, der Mensch. Er spielt doch mit mir. Alter, Amelie. Hm. Suchen wir uns Freunde. Hm. Mumu, komm zurück. Ah. Spiel doch mit mir. Wohin gehen wir? Ja. Hübsch. Oh, nicht hübsch. Okay. Ja. Ein Gegner wurde getötet. Spiel doch mit mir. Oh, ohne Wuchung. Ah, jetzt bin ich genau da, da draus. Ist das ein Arschkopf. Wirklich? 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 Okay. still kämpft Und wenn wir den letzten。 Was shown. Also Erik, du musst auf, äh... �... cái Kine деньги verteylemnis. Und wir gehen da quasi ... Ja. Genau, Hann alles verstehn. Geh ich auf Attack Damage Vollstrona Geh ich auf Pilgewasser Und dann ist das zweite Ich habe trotzdem nichts verstanden, weil der Willerin geatmet hat Guck mal, bei Damage noch Black Cleaver Also nur schwarzes Beil und das, wo drüber ist Ähm, blub, blub, wo ist es? Ja Ja Wie heißt er? Die Klinge des verstürzten Königs Genau Ich hab's nur auf Englisch gesagt Ich weiß nicht auf Deutsch Spiele Sicher ist Urwiesel Nicht Oh, der war fast Den kostet man Der ist ja eher viel auf die Arie aber Was machen die Zigeuner dann? Boah Ah Ah Die sind weg Spiel doch, Robo heat den macht Ich bin nur wahnsinn Ich bin nicht oft Mann Mann Wohin gehen wir? Du Arschkopf! Blöder! Aber Kopf! Spiel doch mit mir! Ein Gegner wurde getötet. Ein Gegner wurde getötet. Oh Mann! Suchen wir uns Feinde! Wohin gehen wir? Wohin gehen wir? Spiel doch mit mir! Okay! Lucky Grab! Oh unser Chako ist so tot! Äh, hinter dir Erik kommt gerade Dvarus, ne? Du weißt, was hier alles kommt, deswegen laufe ich hier weg Ich werde hier unten in den Buschenport weg Alter... Weg mir oben hier Schaffen wir nicht Er wurde getötet Nice Gut, Erik Sein Gegner wurde getötet Ja, Erik, komm, ich kriege auch noch Erik Gut Fock fürs Leben Ja, das ist für sie Komplett Hier 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 Schrauben wir uns Freunde. Euer Team hat einen Turm zerstört. Oh Fizz, ohne Witt Wer ist so schlecht Nein, der Rukon ist immer Okay Spiel doch mit mir Nichts mehr da zu einfach wegmachen Die Gebrautung, wie sie leben Suchen wir uns Feinde Oh Alter, ne, am Mittwoch kommt's wieder Du Dämon Hallo Beringi, ich bin nachher Oh ja, was schlimm ist das Wie geil wär's aber noch machen kann Hallo Beringi So Urmauwurm Na, wenn sie am Mittwoch machen, stell ich mich daneben und mach's so, ne Und dann lurch ist es wahrscheinlich übel, dass wir uns umsetzen sollen, damit sie... Ah, ist das Noooool Genau Ja, ja, ich bin immer drin Alter Alter Oh Mann Was tue ich denn every time? Was ist Du hast schon nochmal gesteilt gehalt Ja, ich kann doch nicht wissen, dass ich so viel damage mache auf Amor Ich habe immer noch 50 AP und vorher habe ich dem nie so viel damage gemacht Und jetzt auf Amor mache ich mit 3 Millionen Chaco verreckt jetzt Chaco verreckt jetzt Das ist krass Oh ja 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 Der macht dich direkt abel Haha Nein Okay Spiel doch mal Ja Die Aushandower ist eigentlich gerade verstärkt Oh, jetzt kocht's uns Genau. Oh, solch ein Grotten-Ulm, das geht grad nicht. Oh. Oh, Frank, da. Lost. Ja. Welches Opfer trägt nicht bitte, bitte jetzt nicht, ja. Ich denke... Paco, der war eh nie im Schrecken. Der Gegner hat einen Turm zerstört. Alter. Gemma repartet. Gibt's immer Masse repart. Ach, Fizz und Paco. Vielen Dank für's Zusehen und bis zum nächsten Mal!